fritz der blitz fritz der blitz ich hab die guckmann haben noch gut in erinnerung das ist gut aber ich flieh mal lieber ich würd gern mein blacky trainieren das rest des teams auch aber von dem die will ich trainieren die entwicklung lässt sehen dass das wäre das geld nicht davon ume dann in fast stark viel stürzt sich auf dich hat flucht Lass mich in Ruhe, oh hier haben wir Smogons, auch nicht schlecht, ein Smogon Bild erscheint, es wirkt extrem stark, ne 100 oder was, ne 46, ja gut, so stark ist das jetzt auch nicht, okay, das war jetzt nicht die effektivste Attacker, alles klar, wie also es heißt, alle Attacken, Explosionen, oder welche war das, es gibt glaube ich zwei oder drei davon, Level für Nini, wenn ich richtig gut habe, ja, ein Mogelbaum, hervorragend, das muss ich für Pokémon Apart finden, kann ich mir gar nicht entscheiden, welches ich mit auf Sampleinnehmer, das ist ja jetzt hier, ja, knifflige Sache, und wie war es nicht so effektiv, nur die Baum lässt sich nicht verbrennen, Jungs, dann halt die andere Attacker, Double Kick, Ok, das bringt auch nicht viel, ups, ähm, ich glaube wir sollten mal fliehen, bevor unser Team zugrunde geht, jetzt, wenn wir so hier noch ein bisschen Watt besogen, jetzt können wir uns bald was dafür kaufen, haben wir einen großen Stein, auf den wir nicht drauf können, schade, sah so aus, jetzt hätte man drauf klettern können, ja, was wie, hier können wir auch nicht hoch, das ist ja, das ist ja schlimm, ähm, ähm, hm, ja, das istigucha, hm, jetzt gehen wir halt jetzt hier zurück, in die Regenzone, können wir jetzt noch ein bisschen Watt, hier können wir noch was bekommen, was können wir hier bekommen, na, was eben, ne, das ist Pikachu, ähm, nice Pikachu, komm zu Daddy Pikachu, Ich fang dich mir, sofern ich noch kann. Na komm, wir können es zumindest versuchen, das Pikachu zu fangen. Pikachu, das gibt es in deiner Todzone. Hervorragend. So, noch mal drück. Identität würde mich bringen. Es ist ein menschliches Pikachu zu erkennen an seiner Schweifende. Ja, die weiblichen Pikachus haben nämlich ein Herzchen-Schweif. So. Und das fangen wir uns gleich mal mit einem Nestball. Warum nicht? Ich guck, wenn er mal verschwindet. Eins. Zwei. Drei. Bleib drin. Vier. Nice. Pikachu wurde gefangen. Auch was, was nicht schlecht ist. Das kann man mal im Broke-Tex haben. Für Pikachu wurde ein Eintrag im Broke-Tex angelegt. Maus-Pokemon. Typ-Electro. Was sonst? Je stärker die Elektrizität ist die Pikachu produziert, desto weicher und elastischer sind seine Packen-Taschen. Oh nein, will ich keinen Spitzname geben. Nein, nicht in meinem Team. Nicht in meinem Team. Obwohl es sicherlich besser wäre als der Kiru. Aber... Tja... Welches Level hat es denn? Bericht von Pikachu? Pikachu! In der 28 war das. Okay, das kann durchaus mithalten. Ich habe zwar gerade schon gesagt, dass ich keiner das nur 8-Generations-Pokemon haben will, aber... Takeru tut sich in der letzten Zeit ziemlich schlecht. Hm. Ja. Ich schicke mir Takeru erstmal in die Box. Ja, Ausnahmen bestätigen die Regel. Ist halt ein Elektro-Pokemon. Ich brauche halt noch ein Elektro-Pokemon im Team. Das ist halt... So ist es halt... Äh... Wie kommen wir jetzt hier lang? Wir wollten hier Richtung... Richtung Stadt laufen. Ja... Wir werden irgendwann ein gutes Elektro-Pokemon finden. Was nicht Takeru heißt. Und es dann Takeru nennen. Wahrscheinlich. Ich habe doch einen Waggon gesehen. Ich suchte einen Waggon hier in der Wildnis. Was? Oh. Ein Sonnenfels. Ja. Bis dahin. Erstmal mit Pikachu. Wir wollen Pikachu ein bisschen trainieren. Takeru wollte ja schon längere Zeit aus dem Team haben. Es ist... Ja. Es hat sich ein bisschen schwer gestellt. Muss schon wirklich zugeben. Es hat sich in den Kämpfen nicht wirklich bewährt. Und bei Pikachu können wir es zu einem Recho machen. Das heißt... Ja... Also... ganz schwer dann natürlich eine ausnahme wenn wir das mitnehmen würden das ist ja ja so könnte man es natürlich auch machen irgendwie achte generation und erste generation so können wir es noch mit rein nehmen klorportal patelato auch das ist doch klick hier klick 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 klack pikachu können gleich mal kämpfen wenn ich mal drange ansetzen verschwenden wir auch noch die tränke oh mein team ist ziemlich angeschlagen der hat sich schon ziemlich ziemlich kaputt oha eine epische attacke aber das andere ist episch ist ihre wirkung alles andere als episch ist ihr angriff kann mir nichts antun verteidigung gesunken punkten schrunk donnerblitz muss das ding erlernen das ist das worauf es ankommt der pikachu donnerblitz pikachu donnerblitz zu gerne würde ich das mal wieder rufen ja warum nicht warum kein pikachu im team es hat auf jeden fall eine mega mega lustige dynamics form das würde ich auf jeden fall mal gerne sehen was dann genug trainiert ist und im kampf mit dem agenaleiter vielleicht wenn man den wasser pokémon in irgendeinem wasser pokémon oder ähnlicher also zumindest Leute die den wasser in der zweitform haben also den wasser agenaleiter haben wir schon besiegt aber die werden es bestimmt noch irgendwann mal brauchen ist so ein dynamex elektroattacke von pikachu schon zeigenswert also dynamex pikachu das ist schon echt lustig es bietet sich schon anders zu machen gut das ist nur defensivere attacken und ich habe nur diese eine attacke ne ich habe noch andere attacken fünschensprung ist die effektivste von denen agilitätsslam ja slamer können wir noch versuchen kreideschreie das würde nix bringen ich werde ich sowieso besiegen ich will nichts besiegen ich brauche die erfahrungspunkte kreides pikachu ja das hat nichts gebracht also weiter ein funkensprung zuschuss aha der mit seinen definitiven attacken defensiven nicht definitiv so klick klack ist paralysiert funkentrunk ja bis zum bitteren ende es ist jetzt halt hier ein bisschen langweilig aber das muss jetzt sein na komm funkensprung hier wird gefunkt und gepritzelt na komm angriff steigt ja dein angriff brauchst nicht zu steigern der bringt eh nix da kommt noch ein letztes mal funkensprung besiegt klicklack besiegt war ein zerkampf aber wir haben es letztendlich doch besiegt sind nicht mehr viele am leben mal gelohnt hat es sich doch 1700 pokémon äh quatsch hier watt haben wir schon wohin genau sind das auch bloß nicht da hatten wir schon schlechte erfahrungen mit muss man nicht nochmal haben so hier sind wir an der pforte so siehts aus verkaufst du uns was oder wie hallöchen ich hätte hier etwas seltenes was ich in der naturzone gefunden habe kaufst du es für 100 watt ab ja gerne doch ep bonbon s ja ok 500 einsetzen ähm heute ep bonbon sind eigentlich ganz gut die kann man hier ganz gut gebrauchen zuckerbeere ne ep bonbon s kann man pikachu ein bisschen trainieren äh nein nicht molly pikachu wie viel haben wir denn davon ach da haben wir das pusht die ein bisschen auf ne mit 30 ep bonbon ok welches level ist der 26 25 26 ok blicky braucht das blicky mal wieder trainieren 2 hier 28 die muss ich doch bald äh oh die muss ich bald entwickeln kramassa ne lass mal bleiben jetzt vielleicht schon mit dem elektro stein bricht elektro schwein genau damit sich pikachu zu reich entwickelt ok da steht schon Wächter, verkaufst du mir noch was? Hallo, ich habe die feinsten Zutaten, Angebot, was darf es sein? Ach, für Curry, Würstchen, Dosenbohnen, Gemüse, Gewürzmix, Fenneskochen, ja, ein paar Würste, na, nicht gleich 90, ein bisschen weniger. Ach, für Pokedulla, nicht, oha, da könnten wir eigentlich ein bisschen nur, wollen wir nicht hier, wollen wir nicht Geld verschwenden, so 10 Würstchen, können wir beim nächsten Curry auf die, auf die Sache draufschmeißen. Oh, wie ich sehe, hast du ein Fahrrad, hier kannst du, kann man sich an einem großartigen Zeitvertreib namens Rotom Rally erfreuen, das solltest du mit Maus probieren, wie kann ich dir helfen, in den Wladen, in den Wladen, okay, haben wir noch nicht genügend, Gedanken, Wunschbocken, mhm, ja, gut, was hast du denn noch so, Rotom Rally, mhm, okay, versuchen wir das mal, fahr zum Ziel und sammle unterwegs die großen Luftballons ein, oh, ein kleines Minispiel, na, das ist doch was, mhm, coole Sache, Rotom Rally, wenn wir das mal ausprobiert, und, zack, äh, so muss man langt, so muss man langt, äh, ja, gut, ähm, dann müssen wir nur ans Ziel kommen, dann müssen wir nur ans Ziel kommen, dann müssen wir dann sind wir weit weg von wo wir hinwollten ja, wir fahren genau in die falsche Richtung Oha! 7. Generations-Pogmon das Spinnen-Pogmon das haben wir im Team mit einem Pogmon Ultra-Sonne und Ultra-Mond ja, wir fahren jetzt einfach wieder zurück und warum nicht das ist ein Ziel und ein Treff bei uns ah, das ist die Weiterentwicklung von dem was wir vorhin gefangen haben nicht an die Pogmon geraten ha, nein ich will nicht kämpfen ich mache ja die Rallye durch die ganze Zone zurück ähm gar nichts ich hoffe wir werden dann wieder zurück teleportiert ähm ja gut auf jeden Fall was cooles also wenn wir wieder zurück teleportiert werden dann ist das auf jeden Fall ist das auf jeden Fall was wert das ist auf jeden Fall eine coole Herausforderung hier wird einem auch der Weg angezeigt man landen muss ganz zurück zu unserer Anfangsstadt und ja sieht fast grad so oder noch aus das ist jetzt die Frage wo geraten wir hier hin aha immer ein Treffpunkt oder was Ziel und bitte wieder zurück Punktbestand von 14.480 Start Klan Pato Ziel Treffpunkt geschafft du bist im Ziel Glückwunsch du hast jetzt jederzeit aufs Neue versuchen toll du hast die erste Rotom Rallye hier abgeschlossen mir gibt es eine kleine Anerkennung wie eine Donnerwelle wie eine Donnerwelle aha ich muss den ganzen Weg wieder zurück oder was ach nö Wolle Wiesen ja ich bin noch mal kurz auf dem Rad unterwegs äh schnell wieder zum ja wir waren ja eigentlich schon da sind wir den ganzen Weg zurück gefahren na super ähm gibt es hier noch einen Turbo Modus oder so ja hier ein bisschen Turbo voran nicht ok ja komm Turbo mach mal komm an die Gänge wir wollen hier ans Ziel na komm wir wollen den Part nicht noch unnötig in die Länge ziehen na komm haben wir wahrscheinlich eh schon und wahrscheinlich noch eine wahnsinnige Überlänge dieser Part nein jetzt guckt man der Pion Skor im Pion Skora lasst mich in Ruhe und weiter voran Turbo na komm voran voran jejei das wasser fahren kann man nicht ach schade das habe ich so schön in den trailern gesehen so na dann sind wir doch hoffentlich gleich da na komm aber das ziel meganithenebene ja schön spitz und donnert äußerst mieses wetter nein weg da flogel keine lust auf dich lass mich in frieden na ich fang nichts du spinnenviech hut des giganten schöne namen haben die hier die montagne wird von den namen zu tun hat sich jemand kreativ ist ausgedacht immer jemand was hintergesetzt dabei was gedacht so gleich wieder da turbo entspots schade na komm jetzt aber noch jetzt mal hier da wären wir wieder aha ein neuer arena challenger nicht wahr dürfte ich kurz den arenaohren überprüfen da hätten wir den pflanzenohren und den wasserohren und auch den feuerohren wunderbar du hast insgesamt drei ärieren leiter besiegt einschließlich dem von engine city weiter so ach der schon wieder komm du mir her nicht wieder du schon wieder das habe ich gerade zu dir gesagt wartest du auf hope wartest auf hope der wird hier nicht kommen mit seiner niederlage hat er nicht nur selbst planiert sondern auch den champ der ihm eine fehlung geschrieben hat äh das glaube ich dir nicht äh ich glaube eher dass du verloren hast und ich erwehre würde ich mich wohl aus der arena chance zurückziehen und hoffen dass ich vom erdbrun verstückt werde ich kann bestätigen dass du alle nötigen arenaohren besitzt und jetzt muss ich mich entschuldigen ich bin mit meinem liga präsidenten verabredet ja zudem sage ich gar nix mehr ist ja verschwendete energie verschwendet die lebensmüll ja ähm vor diesem prunkvollen ja prunkvollen eingangstor vielleicht mal stehen und sagen wie dumm ich mir rum sollte ich dieser part gefallen haben lasst ein abo damit neu seit dem nächsten part nicht verpassen wollt haben wir diesen part in der totzone durchgequert im nächsten part gehts weiter in klar city bis dahin habt einen angenehm fürst in den tag und man zieht sich haut da vorne ciao ciao und